Alles glitzert so schön. Schau mal, Mama, wie die Sterne funkeln. Und guck mal da, ein echtes Rentier. Ich überlege schon seit vielen Tagen, was ich Mama und Papa schenken kann. Soll ich was basteln oder lieber malen? Wenn mir das nicht gelingt, was mach ich dann? Mein Wunschzettel ist lange schon im Briefkasten versenkt. Ach, Weihnachtsmann, ich hoffe doch, dass du auch an mich denkst. Endlich wieder Weihnachtszeit, wie hab ich mich drauf gefreut, meine liebste Zeit im ganzen Jahr. Ich wünsche mir vom Weihnachtsmann, dass die Familie kommen kann. Hoffentlich wird's diesmal wieder wahr. Und genauso schön wie letztes Jahr. Doch, ich lasse jetzt nicht. Das war's. Ugh, ich bin der Fall, das habe ich nicht. Ich bin der Fall,